Und es war ein Wahlkampf mit einem aufrechten Gang und einem geraden Rücken und darauf können wir stolz sein, ganz egal, was jetzt noch in dieser Nacht passiert. Egal wo ich hingekommen bin, egal an welche U-Bahn-Station, egal in welchem Bezirk ihr Frühverteilung gemacht habt und ständig gemacht habt oder, oder, oder. Ihr wart alle da, ihr hattet gute Laune, es waren viele von euch da und bis zum letzten Tag. Wir wussten immer, bei dieser Wahlwiederholung wird es darauf ankommen, dass wir Menschen mobilisieren, überhaupt wählen zu gehen. Wenn das jemand geschafft hat, dann ihr, weil ihr mobilisiert wart vom ersten Tag bis zum letzten. Und dafür danke, das ist euer, das ist euer Erfolg. Ich danke auch den Wählerinnen und Wählern, die uns Vertrauen geschenkt haben und das Vertrauen der anderen. Das möchte ich auch noch gewinnen. Ich danke euch allen.